Hmm, ist die Gruftz. Können wir da schon mal einen Platz reservieren oder so? Die Gruftz. Können wir hier vielleicht einen Sarg öffnen? Ich glaube nicht, dass jemand da interessiert ist. Ich glaube nicht, dass jemand da interessiert ist. Können wir es aufsägen? Ich habe das Gefühl, wir brauchen auf jeden Fall irgendwas aus der Gruftz. Ich glaube nicht, dass ich das kümmern sollte. Hm. Ich glaube nicht, dass jemand da interessiert. Ich glaube nicht, dass jemand da interessiert ist. Ich glaube nicht, dass jemand da interessiert ist. Ich glaube nicht, dass jemand da interessiert ist. Wir haben jetzt Küsse. Oh, nein. Bringt das uns irgendetwas, vielleicht beim Wubelzauber, vielleicht können wir damit irgendwie was, ich bin mir nicht sicher warum und wie, aber, können wir mit der Asche irgendwie noch eine stärkere Bodepuppe machen, es hieß ja was vom, was von dem Vater irgendwie, das ist ja eventuell, aber wir haben ja schon die Knochen, das ist ja, aber was, warum, jetzt haben wir die Asche vom Friedhof, jetzt theoretisch, das scheint nicht zu funktionieren, braucht die vielleicht jetzt Asche, oder? Warte wieder, Mr. Threepwood, über die Voodoo-Doll? Ja, es funktioniert ziemlich gut, nicht wahr? Ich habe immer noch den Touch. Ich denke, Largo ist aus der Voodoo-Range bis jetzt. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Was ist denn nun? Was ist denn nun? Es ist leer, es ist leer, es ist leer, es ist leer. Ich denke, Largo ist aus der Voodoo-Range bis jetzt. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich könnte mich auf den schlafen. Das scheint nicht zu funktionieren. Warte wieder, Mr. Threepwood. Na, das ist genug Voodoo für mich. Bye! So geht's. Die Freude der Hex. Ich denke, es ist für überwaltige Voodoo-Praktiker. Die Schrift ist viel zu technisch. Aber wer könnte, wenn ich sie verwirrend bin? Tja, ich bin verwirrt. Woher willst du gehen? Woher willst du gehen? Ich bin Spannend. Ich bin noch nicht bereit für das. Hey, take your time. No worries. Ich bin wirklich claustrophobisch. Anybody? Öffne diesen Schiff jetzt. Ich bin nicht tot. Okay, ein Schiff ist ein Schiff. Nimm mich raus. Öffne diesen Schiff jetzt. Es ist wirklich ziemlich ruhig. Ich kann nicht raus. Öffne diesen Schiff jetzt. Ich kann nicht raus. Ja, ich bin planlos. Ja, ja, okay. Wir haben noch nicht, wir waren noch bei dem... Bei dem Typen, den wir mal gut im Trinken besiegt haben. Jetzt sollten wir da nochmal zurück gehen. Hm. Wo willst du gehen? Das Rezept hat man noch nicht ganz... Vielleicht... Ich sehe den Weg. Vielleicht können wir da noch irgendwie die Geheimtür öffnen. Weil das scheint ja irgendwie... Die Ziegel können wir ja irgendwie... Da waren noch vernagelte Bretter vor der Tür. Da waren noch vernagelte Bretter vor der Tür. Und da vielleicht... Die Fenster hier. Das ist einfach. Das konnten wir... Mit der Schaufel können wir es nicht weg machen. Mit den Brettern habe ich auch schon versucht. Was? Ich kann das nicht schlafen, Vater. Das scheint nicht zu funktionieren. Es ist enthalten. Ich glaube nicht, dass ich es nicht schlafen sollte. Das ist ein schönes Beier. Das ist ein schönes Beier. Das ist ein schönes Beier. Ich habe mich immer auf den verletzten Ecken verletzt. Tja... Haben wir drinnen irgendwas, was wir noch benutzen können? Spielraum... Oh was? Spawn... 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 Kopf... Ja was? Das ritter gerade so ein bisschen... Können wir vielleicht unseren Spiegel nicht reinstellen? Na gut, bestimmt jetzt irgendwie, wenn wir da einen Spiegel, jetzt irgendwie die Bretter wegkriegen. Hmm, da können wir die Fenster, können wir die Fenster aufmachen? Ok, jetzt leuchtet es hier, gibt der Spiegel uns irgendwie einen Hinweis, dass das Licht von draußen reflektiert und es hier mit verbinden. Wir haben jetzt den Fensterrahmen geöffnet. Und das passt hier rein, irgendwas fehlt da noch. Der kann auch was halten, kann der irgendwie Fernrohr. Und Teleskop. Oh, ok. Schön, dass ich es mir gemerkt habe. Ach ja, hier ist jetzt noch drin. Oha. Das letzte Kratenstück und das dritte zumindest. Nice. Das macht drei Kratenstück, nur eine zu gehen. Missed. Die Skelete sprechen nicht. Ja, ich will es nicht touchen. Das geht nicht. Das ist ein Wunderschön. Die Säen von Tiefenblatt hat nicht genug. Ja, das ist, ja, das ist... ja Ja, da weiß ich nicht. Die Säen von Tiefen wurden direkt abgehangen. Achso, das Loch. Ah, jetzt kommen wir hier raus. Aber rausrutschen können wir damit. Okay, jetzt haben wir drei Kartenstücke. Und den Arm dazu. Müssen wir noch eins finden. Auch hier auf der Insel, oder fahren wir da noch mal woanders hin. Da waren wir dann nicht mehr. Hm. Hm. Ich sag nicht, wir brauchen das Buch jetzt. Was wir von... Was wir von dem genommen haben für... Das habe ich in der Bibliothek zurückgegeben. Das Zitatebuch. Sag nicht. Das brauchen wir jetzt um weiterzukommen. Das letzte Kartenstück zu finden. Da war das Kartenstück drin in dem Buch. Ich kenne auch Monkey Island. Das Zitatebuch. Das Zitatebuch. Das Zitatebuch. Das Zitatebuch. Ich kann ja jetzt wissen, wie das hieß. Ach du Scheiße. Ich dachte, wir wären endlich mit den Zitaten fertig... Mit den... Mit den... Mit den Zitaten zu nehmen. Wissenschaft, Biografie, Erwachsenenunterhaltung, Anmerkungen, Getränke, Biografie mit leeren Studenten. Das wird mal Ordnung hier reinbringen. Die Tate sind bestimmt nicht bei Z-Sprüchen vielleicht. Piraten Sprüche. Das ist es, was ich in diesem Spiel hasse. Das ist jetzt das, was wir bräuchten. Ausrufe an der Nutzung sammeln. Wollen wir das denn jetzt? Vielleicht können wir sie mal fragen und vielleicht haben wir das hier noch unten in Reserve. Entschuldigung, Frau. Was willst du diese Zeit? Ich schaue ein Buch. Was schaue du? Was schaue du? Nein, das war nicht. Ich schaue ein Buch. Die Idioten brauchen wir nicht zitieren. Es nimmt doch kein Ende. Was sind wir mit diesen Übersetzungsfehlern? Das kommen wir noch nie zum Punkt. Ich bin doch ein Bad Set. Z-Somologie. Was Reisverschlüsse noch immer zu tun haben. Xenophobie genauer von dem Rasen. Kenntnisse und Zelda, Matorik, Oberfläche, Fußnoten, Trinker, Kunst, was tut Kunst hier suchen, Begrub der Schatz, Biografie, das ist das ich jetzt gesucht habe, Krankheiten, Klassiker, Auswürfe, das hier bedeutende Auswürfe von Captain Logie, das hat auch etwas mit Zitaten zu tun, das hier ist, das ist der Klassiker, das ist der Klassiker, das ist die Klassiker, das ist der Klassiker, bildung unterhaltung dafür dass ich das spiel schüttel nix die pfasers und kurz famous pirate quotations und berühmte piraten start das sage ich doch bei kuh wenn diese übersetzungsfehler zitate berühmte geraten das ist kein kuh drinnen genau das gut dass man ein bisschen drüber nachher das war ein bisschen im hotel ranz drüber gucken und blicken so jetzt sind wir ja nicht raus ich will meinen bücher das time i'm looking for a book what are you looking for could you find famous pirate quotations okay here you go that's your limit you'll have to give some books back before you can check out anymore okay jetzt haben wir gut schiffsracht ist jonas die fröde am herz reichsen so eine berühmte peter piraten zitate famous pirate quotations happiness is a warm manatee arnie goutt das habe ich schon scurvy raps gallium commander button head rosen der rege sie haben in geboren und skunker wir in den ausdenken auf bester leech das sind die zitate aus der kunft das müssen wir jetzt den sitz müssen wir nicht so zu ahnen können ... und was wem gehört. Ähm... Es gab einen, logischerweise. Oh! Wir haben ja die dritte Dinge jetzt schon geschafft. Wir kriegen den dritten Kartenteil. Und wir sind gerade kurz dabei, das vierte zu finden. Ähm... ... und mich? Ist es wahr, dass Guybrush Threepwood gefunden hat, die dritte von der Welt zu Big Whoop? Ah... Ja, Herr. Ich war... Warum hast du nicht gesagt, dass du mir selbst gesagt hast? Ich versuchte, dass er wirklich... Largo... Du bist mein vertraut Henchman für viele Jahre. Aber ich werde nicht behalten, ... zu drücken deinen Entraillen von hinter meinem Schiff. Wenn du mir nicht Guybrush bringst, bevor er diesen Schiff findet! Hm... Okay, jetzt wollen wir zum... Jetzt wollen wir erstmal zu der Dame und wollen sie... Vielleicht weißt du, vielleicht können sie jetzt mit den Büchern diese harte... ... irgendwie... ... aber die Asche haben wir ja schon. Ich bin immer noch verwirrt. Ja, hoffentlich nicht so ganz wie ich. Hier... ... also hier... Sollte das Voodoo-Dolle? Ja, es funktioniert ziemlich gut, nicht wahr? Ich habe immer noch den Touch. Na, das ist genug Voodoo-Dolle. Bis dann. Oh, hier irgendwelche Bücher. Oh, ich weiß nicht. Das ist viel zu technisch für mich. Es sieht aus wie Bound-Editionen von Voodoo-Quarterly. Es sieht aus wie Bound-Editionen von Voodoo-Quarterly. Das scheint nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht. Vielleicht die Zitate. Wir haben ja die Zitate. Das sind ja Zitate aus der Groove, die wir gemerkt haben. Hm. Das ist ja auch nicht möglich. Das ist ja auch nicht möglich. Das Zitat ist von... Das Zitat ist von... Okay, wir haben jetzt Asche. Das Zitat ist von... 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 Das fühlt sich nicht klappern. Das fühlt sich nicht klappern. In dem Wissen kommt jetzt vielleicht bei Geldkümmel, dass der Voodoo Priesterin erzählen. Wollen wir noch ein weiteres Buch oder was? Was wir schon mitgenommen haben oder in der Bibliothek wieder abgegeben haben? Erzähl mir nicht. Wahrscheinlich werden wir hier drauf irgendwie was wir dann... Well, that's enough Voodoo for me. Bye!